Ja, hallo liebe Brautpaare, herzlich willkommen zum Podcast Hochzeitsgeflüster. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich habe heute das Schlosshotel Weiberhöfe mit am Start und da ist natürlich Michelle und auch Isabel dabei, die das Ganze leiten und die beide möchte ich euch jetzt mal vorstellen und danach geht es in die 10 am häufigsten gestellten Fragen, die Brautpaaren den beiden stellen und ihr könnt dabei direkt auch das Schlosshotel kennenlernen mit allem Drum und Dran, es wird auch um den Preis gehen, es wird auch darum gehen, was es ausmacht, das Schlosshotel, was so das Besondere ist, warum man da seine Hochzeit wirklich einzigartig feiern kann und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. So, heute begrüße ich das Event-Team des Schlosshotel Weiberhöfe, bestehend aus Michelle Noe, der Bankettleitung und Isabel Brüting, Art Director. Sie sind Teilen als jungen dynamischen Teams und sind beide schon jahrelang im Schloss tätig und sorgen für prunkvolle, qualitativ hochwertige Hochzeiten. Sie haben so viele Hochzeiten schon miterlebt, dass sie euch dabei helfen, eure Traumhochzeit genießen zu können und die beiden sind richtige Event-Profis und planen mit euch von A bis Z alles durch, dass diese Feier zu 100% gelingt. Herzlich willkommen, ihr beiden, dass ihr da seid. Vielen Dank, einen Riesenapplaus für euch. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns riesig. Ja, was ist denn so das Alleinstellungsmerkmal vom Schlosshotel der Weiberhöfe? Ja, also wie der Name schon Programm ist, also wir sind ein wunderschönes Schloss. Das Schöne, wir sind wirklich in Stadtnähe, direkt an der A3 gelegen, sprich man kommt von Aschaffenburg oder auch von Frankfurt direkt an uns hin, sprich in einem Kilometer von der Autobahnabfahrt sind wir schon da. Das Schöne aber, dass wir richtig in der Natur gelegen sind, sprich wir sind zwar an der Stadt, aber trotzdem noch richtig schön in der Ruhe und bei uns ist eigentlich alles möglich. Von standesamtlichen Trauungen bis über kirchliche Trauungen in unserer Kapelle oder freie Trauungen in unserem schönen großen Schlossgarten bis hin zur abschließenden Feier ist bei uns natürlich alles möglich. Und wir haben auch immer eine Schlechtwetteralternative parat, dadurch, dass wir so viele Räumlichkeiten haben und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ja, gibt nichts mehr hinzuzufügen. Toll, ja, klingt sehr, sehr gut. Und welche Möglichkeiten gibt es denn so in Bezug auf das Essen, Buffet bei euch? Wie gestaltet sich das so bei euch? Also das beginnt eigentlich vom Empfang. Also wir können hier Fingerfood, Kuchen können wir auch backen, bis hin zum Abendessen ist bei uns auch Menü und Buffet möglich. Kommt natürlich auch die Räumlichkeit auch an, aber zum Beispiel in unserer großen Scheune haben wir direkt eine Küche angeschlossen. Heißt, wir können auch ein leckeres Menü direkt servieren, ohne dass es kalt wird oder wir sehr weite Wege haben. Und ja, kommt immer auf die Personenzahl drauf an. Wir sagen immer so bis maximal 80 Personen geht Buffet. Weil es sonst aus Platzgründen einfach eng wird. Ja, klar. Okay. Und jetzt gibt es ja viele Brautpaare, die vielleicht sich auch so ein bisschen, ja, dekorationstechnisch verewigen wollen. Und die wollen schon früh genug aufbauen. Und ist das, ab wann ist das so möglich? Oder ab wann kann es auch wieder abgebaut werden? Ist man da entspannt? Läuft es entspannt bei euch ab? Genau. Also bei uns aufgebaut kann werden theoretisch immer am Vorabend. Wenn man zu 100 Prozent schon morgens oder mittags starten möchte, dann muss man den Raum quasi schon einen Tag vorher mieten, dass man ganz entspannt aufbauen kann. Ansonsten ist es in der Regel immer abends möglich. Genau. Und mit dem Abbau, da sind wir sehr entspannt, sage ich mal. Viele Hochzeiten finden ja gerade am Wochenende statt, Freitag, Samstag. Gerade wenn man samstags jetzt, ja, die Party hat, kann man ganz entspannt noch am Sonntag in aller Ruhe abbauen. Also da sind wir sehr flexibel. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt ist ja auch das Thema Freitrauung immer für viele ein Thema. Habt ihr da, ja, eine Möglichkeit zu unterstützen und geht es generell bei euch? Genau. Also wir können unsere Freitrauung ja im Park gestalten. Wir haben einen superschönen Palmion hinten stehen. Das war früher mal ein Teehaus, wo die Adeligen eben ihren Tee eingenommen haben. Und wir stellen einen wunderschönen Traualtar zur Verfügung und haben tolle weiße Gartenstühle, die wir natürlich auch zur Verfügung stellen. Und sollten es doch mal mehr als 100 Personen sein, können wir auch noch mit Bierbänken, mit schönen Garnituren und Busen darüber noch zur Verfügung stellen. Und das Schöne ist, dass wir hinten im Park, wo die Trauung stattfindet, selbst nachmittags und es hat 37 Grad, haben wir da immer Schatten. Sprich, man sitzt nicht in der Sonne. Cool. Genau. Das ist auch total wichtig, finde ich, gerade auch für die älteren Gäste. Definitiv. Definitiv. Also bei uns muss keiner in der Sonne jetzt eine Stunde lang brutzeln oder sonst was. Oder das Brautbad, was ja eh schon nervös genug ist, dann mit der prallen Hitze beim Jawort. Total cool. Und das finde ich auch immer schön, dass dann auch an den Räumlichkeiten, zu denen wir auch noch gleich zu sprechen kommen, da ist es ja auch immer schön gekühlt eigentlich, durch die dicken Steinwände. Also so mein Eindruck, genau. Das, was im Sommer natürlich cool ist, ja. Aber kommen wir zuerst vielleicht nochmal zum Thema, was kostet denn so eine Hochzeit bei euch? Ja, also wir haben natürlich sehr viele verschiedene Räumlichkeiten. Die Raummiete ist da, ja, sehr individuell, sage ich mal. Von bis? Jeder Raum kostet was anderes. Wir haben keine Saisonpreise oder sonstiges, sondern bei uns kostet es immer das Gleiche. Genau. Ansonsten bei der Raummiete ist bei uns, wenn man Raummiete bezahlt, was ja ganz klar ist, sind bei uns immer schon die Tische, die Stühle sind inklusive, die Hosen sind schon dabei, die Stoffserviette ist dabei und das Gedeck an sich ist dabei. Also der Platz wird dann schön festlich eingedeckt mit ganz klassisch Gabelmesse, was alles dazu gehört, Weinkläser natürlich, Wasserkläser. Das ist bei uns immer schon inkludiert. Genau. Okay, toll. Und gibt es so, ab wo geht es los bei der Raummiete? So ganz grob im kleinsten Raum, dass man einfach mal so einen Eindruck bekommt? Der kleinste Raum ist unser Raum Eppstein. Den gibt es zum Beispiel für standesamtliche Trauungen. Den gibt es schon ab 350 Euro. Ich sage jetzt mal bis Open End, je nachdem, wie viel denn benötigt wird. Ja. Super. Ganz individuell auf unsere Gäste abgestimmt. Klar, das kommt ja auch wirklich immer drauf an. Und habt ihr so Komplettpakete, wo man sagt, da geht man jetzt, also da habt ihr was, wo alles so mit drin ist, wo ein Brautmann sich auch um gar nichts mehr Gedanken machen muss, so völligst hinfeiern und alles ist super. Gibt es sowas? Ja, klar. Also wir haben eine Getränkepauschale, da sind dann quasi die ganzen Getränke abgedeckt, ein Weißwein, ein Roséwein, ein Rotwein, Softgetränke, Wasser natürlich, Bier ist dabei, also Fassbier, Hefeweizen ist dabei, also Getränke technisch alles abgedeckt, inklusive einer Schnapsrunde noch. Dann haben wir noch eine All-Inclusive-Pauschale, die kostet pro Person 99 Euro. Da ist dann quasi das Abendessen dabei, wahlweise als Buffet oder als Menü. Der Mitternachtssnack ist schon inkludiert und die Getränke sind dann genauso wie bei der Getränkepauschale auch schon dabei. Also auch wie der Weißwein, Roséwein, Rotwein, jeweils einen. Wasser- und Softgetränke wie Cola, Fanta, sowas die Richtung. Genau, das ist dann auch schon alles dabei. Cool. Und es ist ja so, kann ich mir das so vorstellen, dass jetzt, wenn ein Brautpaar kommt, dass wirklich ihr beide auch so die Abläufe mit denen komplett durchgeht, also praktisch die Arbeit auch wie von so einer Weddingplannerin schon übernehmt? So gut wie, genau. Also der Erstkontakt ist wirklich immer mit uns. Wir planen von A bis Z mit den Brautpaaren alles durch. Wir können auch Dienstleister empfehlen. Wir haben eine ganz, ganz lange Dienstleisterliste. Zum Beispiel dich. Genau. Du schäst da auch mit drauf. Einfach mit Leuten, die eben auch schon hier waren, die unser Gelände kennen. Und wir machen eben auch die ganzen Abläufe. Wir treffen uns auch. Das ist dann immer so ein Gespräch von ein bis eineinhalb Stunden, wo dann wirklich der ganze Ablauf besprochen wird. Wir stellen einen Ablaufplan zusammen. Der wird auch nochmal finalisiert bis zum Ende hin. Und wir sind auch am Tag der Hochzeit da. Genau. Und schauen, dass alles glatt läuft. Super, super. Ja, weil das macht ja auch nochmal viel aus, finde ich, wenn einer immer halt auch einfach auch nochmal drüber guckt und das bisschen plan vor Ort ist. Das halt wirklich alles abläuft. Ist ja nicht bei jeder Location so. Manchmal ist es ja auch, dass man das alles selber auch machen muss. Genau, toll. Und das habt ihr schon beantwortet. Dienstleister dürfen ja frei gewählt werden bei euch. Genau. Da habt ihr keine Begrenzung oder ein Verbot oder so, ne? Bis auf den Caterer. Ah, okay. Wir haben nämlich eine super leckere eigene Küche. Und die möchten wir natürlich sehr gerne präsentieren. Deswegen das ganze Kulinarische geht Gott sei Dank über uns. Bis auf die Hochzeitstorte. Das finden wir, ist eine Kunst für sich. Und das lassen wir gerne den Spezialisten. Genau. Also ich habe ja bei euch letztes Jahr und die Jahre schon gespielt. Ich kann jedem Braut beempfinden, geht einfach mal so essen. In den Weiberhöfen. Dann wisst ihr genau, auf welchem Niveau ihr euch da befindet. Genau. Und dann weiß man genau, dass das wirklich Oberklasse ist. Genau. Schön. Genau. Jetzt so ein bisschen zur Party vielleicht auch. Habt ihr eine Lautstärkebegrenzung? Ist was, wo ihr sagt, also Moment, jetzt 80 dB. Oder kann man bei euch richtig Party machen und feiern? Ja, also prinzipiell kann man bei uns natürlich erst mal richtig Party machen und richtig abfeiern. Ab 22 Uhr findet das Ganze dann natürlich hinter verschlossenen Türen statt, weil wir natürlich noch andere Hotelgäste haben. Und die möchten natürlich nicht gestört werden, aber das ist alles machbar. Das ist jetzt nicht, dass es nur noch auf Zimmerlautstärke oder sonst was ist in der großen Scheune. Das ist etwas seitlich gelegen, weiter weg von den Hotelsimmern, sage ich mal. Weil da kann man natürlich trotzdem richtig Party machen. Ja, ganz klar. Cool. Ja, also kann ich auch bestätigen, weil bei mir ist ja so als DJ, ich komme ja, um wirklich Stimmung zu machen, um da was zu reißen mit den Leuten. Und wenn es auch die Location nicht zu mir passt, wenn die sagen, hey, es muss zu leid sein, komme ich nicht. Also man kann gut Party machen bei euch, das reicht. Und das ist absolut, also meine Erfahrung vielleicht einfach. Genau. Jetzt ist es ja auch schön, die Gäste, die Party ist rum, irgendwie alle müde und dann können die ja bei euch auch übernachten im Hotel. Und wie viele Gäste können da übernachten? Also wir haben insgesamt 40 Zimmer, also darunter 8 Einzelzimmer, 26 Doppelzimmer, 4 Junior-Suiten und 2 Suiten. Es ist eigentlich für jeden immer was dabei. Bisher hat es auch immer ausgereicht. Zu aller Not haben wir ja auch noch Hotels in der Nähe, mit denen wir auch kooperieren. Und wir haben auch sehr viel Platz, auch für Familien. Unsere Junior-Suiten haben zum Beispiel Ausziehcouch, wo zwei Kinder drauf schlafen können. Wir haben auch noch Zustellbetten. Für die Brautpaare machen wir auch einen kostenfreien Early-Check-in. Sprich, sie können vorher in das Zimmer rein, um sich auch bei uns fertig zu machen. Das gehört für uns mit dazu. Genau. Cool. Und dann habt ihr auch immer regelmäßig geplant, auch Hochzeitsmessen, glaube ich, wo man mal wirklich die Weibhöfe kennenlernen kann, mit allen Sälen und auch mit Dienstleistern. Da kommt auch immer mal wieder was. Richtig? Also wir hatten letztes Jahr, im Februar, hatten wir eine Hochzeitsmesse bei uns. Die kam aber nicht von uns. Die kam von der Anna und der Anna-Lena. Okay. Aber wir haben zum Beispiel im Oktober, Daumen drücken, dass es klappt, haben wir eine Genussmesse hier. Da kann man auch alle Räumlichkeiten einmal ansehen und eben auch mit verschiedenen Dienstleistern. Okay, cool. Also da, genau, vielleicht die Möglichkeit für alle Brautpaare, da mal vorbeizukommen, mal so reinzuschnuppern. Und ihr seid ja wahrscheinlich auch vor Ort und vielleicht auch mit euch schon mal das Gespräch zu suchen. Genau. Super. Und sonst kann man gerne auch mit uns auch Besichtigungstermine natürlich vereinbaren. Das ist für uns auch immer am schönsten, eben auch die Brautpaare mal persönlich kennenzulernen und eben einfach mal die Zeit nehmen und das ganze Gelände anzustrehen und die ersten Fragen zu beantworten. Genau. Ja, ich denke, natürlich ist es immer besser, weil wir einfach ein Schloss sind und wenn man schon auf das Gelände reinläuft, hat man schon dieses Schlossfeeling, sage ich mal. Es ist was ganz Besonderes, was kein Standard ist im Prinzip. Und sich das Ganze hier live mal anzuschauen, ist dann natürlich nochmal was ganz anderes einfach. Die ganzen Eindrücke und so, das ist natürlich schon eine schöne Sache, ja. Das stimmt. Und ja, vielleicht für alle, die jetzt die Podcast-Folge hören, wir blenden ganz viele Bilder auch ein. Wir haben ja auch einen Videopodcast, das gibt es auf dem YouTube-Kanal von DJ Martin Meier. Ja, bei euch auf der Seite auch eventuell, wenn ihr es mit einbindet, genau, wird es auch geben. Da könnt ihr auch die beiden mal sehen, ja, wie sie aussehen, dass ihr schon mal einen Eindruck gewinnt und auch Bilder genießen von dem, was euch erwartet. Und dann, denke ich, kriegt man auch als Brautpaar schon mal einen richtigen Eindruck und weiß, ach, guck mal, das passt zu uns toll. Ja, also ruhig auch als Video mitschauen auf YouTube oder auf der Seite des Schlosshotels, der Weiberhöfe und ja, dann sind wir am Ende angekommen. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne, danke auch an dich. Danke an dich. Gerne an alle Brautpaare fürs Zuhören, vielen Dank und bis zur nächsten Folge des Hochzeitsgeflüster-Podcasts. Macht's gut und allen noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hochzeitsgeflüster-Podcasts.